Hier werden oft gefragt, wie man bei diesen Zeitschaltuhren die aktuelle Uhrzeit einstellen kann. Das zeige ich euch gleich. Das hier ist die SUL 181D. Die ist Quarz gesteuert und hat eine Gangreserve. Das heißt, bei Stromausfall läuft die noch ein paar Tage weiter. Die SUL 161D ist die gleiche Schaltuhr, aber die läuft netzsynchron, also mit der 50 Hertz Frequenz vom Stromnetz. Ohne Gangreserve. Die Schaltzeiten einstellen ist ganz einfach. Wenn ich die Schaltreiter so umlege, heißt das in der Zeit ist das Licht an oder was immer ihr damit schalten wollt. Und so ist das Licht aus. Jeder einzelne Schaltreiter sind 15 Minuten. Die Uhr ist also eingestellt auf 12.30 Uhr bis 14 Uhr und genau 12 Stunden später 0.30 Uhr bis 2 Uhr nachts. Wie kann ich jetzt die Uhrzeit ablesen? Zum einen hier, ihr seht, diese Nase, die zeigt immer auf die aktuelle Uhrzeit. Wir haben also ungefähr 12 Uhr mittags, weil 12 Uhr nachts, dann würde der Zeiger hier drauf zeigen. Dann haben wir hier eine Uhr mit einer normalen 12 Stunden Anzeige. Woher weiß ich jetzt, bin ich vormittags oder nachmittags? Erstmal hier, das ist der Stundenzeiger und das ist der Minutenzeiger. Hier auf dem Zifferblatt, ihr seht, da haben wir 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr. Das heißt, wir befinden uns am Vormittag. Wir haben also im Moment 11 Uhr, 50. So, was passiert, wenn ich die Uhr jetzt ein Stück weiter drehe? In den Nachmittag hinein machen wir eine halbe Stunde. Klack. Dann seht ihr, was ist passiert. 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr. Und wenn ich noch ein Stück weiter drehe, ja, ihr seht schon, die Uhr hat bereits angeschalten. Funktioniert. Und jetzt zeigt diese Nase circa auf 13 Uhr. Und das seht ihr auch hier. Ich bin den Zeiger auf 13 Uhr. 5 Uhr 1, nachmittags.